Power Rangers, Mighty Morphing Power Rangers. Meine Birne ist immer noch am Qualm vom Umzug, aber ich melde mich mal kurz aus der neuen Power Rangers Zentrale. Es war alles noch nicht fertig, aber wie ihr seht, meine Lampen sind am leuchten und tada, es werde Licht. Ja, die Telekomiker haben es immer noch nicht geschafft, meinen Internetanschluss zu schalten, daher lässt sich Slider übers Handy machen. Mein Datenvolumen ist auch schon hunderttausendmal aufgebraucht worden, aber trotzdem will ich mich mal kurz melden. Und ich zeige mal eben kurz, wo ich demnächst die Power meiner Taschenlampe zeige. Ah, man erkennt es jetzt nicht aus der Kamera hier vom Handy, aber hier geht demnächst die Lucy ab vom Balkon. Die Nachbarn werden sie mir schon danken. Hier vom Balkon kann ich ungefähr 300 Meter weit leuchten. Die Handykamera kriegt es nicht drauf, ist auch egal. Um das zu mehr, seid gespannt auf das, was kommt. Ich lebe auf jeden Fall noch. Mann, ist das eine scheiß Qualität mit dem Handy. Aber wie ihr seht, ich bin noch da. Der Power Ranger wird euch demnächst mit vielen neuen Taschenlampen hoffentlich versorgen, mit neuen Videos. Und das ist mein Lebenszeichen aus der neuen Power Rangers Zentrale. Und ich sage nur, go go Power Rangers, Mighty Muffin Power Rangers.